gerade jetzt wenn du die neun millimetern hast ja das ist das schluss noch mal neun millimeter ja dann herzlich willkommen zurück bei sind ist da mit schmidtke und tag 28 macht was verteidigen uns ich werde das mal ein paar fällen klar machen was soll ich dir machen ich brauche nur eine klinge tatsächlich welche eine wieder abgerissen habe schon wieder bei der entspannenden gartenarbeit oder was geht ab ja ja ich will auch um sie mit unseren töpfen ja stimmt was ja dann gab es sein arbeit wobei es ist die frage ob ich jetzt schon umziehen weil aufwerten könnte ich ja nicht eine hilfe brauchst das ganze bescheid sein machen bluten und wahrscheinlich was auf werden oder umziehen umziehen ja ja ich pflanzen würde ich jetzt nichts mehr erst mal hier man kann ich wenigstens drüben aufwerten dass wir da fertig werden nehme ich mir mal hatte was bräuchte noch pflastersteine drüben ja ich brauche noch pflastersteine 1000 2000 pflastersteine mal gucken und was zum nageln ich habe die nagelpistole gemeint das andere hätte mich auch ein bisschen abgestoßt bei den zombies herumlaufen aber jeder hat so seins selbstverständlich ich habe immer noch die infektion dann solltest du mal irgendetwas dagegen einnehmen wahrscheinlich habe ich ja aber sie ist sinkt immer noch am sinken es ist immer noch bei 3,6 so die fertige falle am besten mit runter ich brauche noch zwei minuten und dann komme ich nochmal ich bin sehr gespannt ob das hier funktioniert dann muss ich leider ein paar spikes wieder abreißen was vielleicht auch nur einen ja nur einen ok so die andere kommt dann hier vorne hin jetzt muss ich noch gucken ob ich da strom draufkriege von da oben das müsste aber eigentlich funktionieren ach was willst du denn von mir ich bin das ich bin das schon wieder schlecht wetter bestellt jetzt habe ich hier am strom rumfummel ja überlegen worum es genau jetzt bestellt habe ich habe schon lange dein skelett nicht mehr gesehen du schlägst ja nicht mehr auf strom betriebene automaten ein achso ja stimmt ok so weit so gut wieviel kann ich denn da eigentlich anschließen an den eulen boah ich weiß es nicht viel kabel vor allem wenn ich noch eins dürfte wäre geil dann wäre ich schon glaube ich ganz zufrieden mit kabel kann ich dir gar nichts sagen müsste ich jetzt nämlich von hier nochmal ich bin sehr gespannt ob das gleich funktioniert so bist du ne ja pflastersteine haben schon mal ist schon mal wenigstens sicher pflaster das die bude ok naja gut der boden noch nicht aber der boden ist dann ja auch egal hauptsache von außen kommen sie nicht rein ne naja los achso vielleicht sollten wir mal uns einladen in der gruppe oh das geht sogar von hier in das ist ja nice ja das wäre glaube ich ganz gut scheiße hast du oder soll ich was dann eingeladen ich habe schon mal rausgeschickt ja achso dann nehme ich dir heute auch ausnahmsweise mal an danke für deine großzügigkeit manchmal habe ich mal einen guten tag nein ich war hier gerade ein bisschen in meinem stromfahrer so bin ich mal gespannt ob ich alles wieder abreisen muss und ob das so auch geht ich hoffe nicht dass du alles abreisen musst wer blöd da stimme ich zu ich würde sagen was das für komisches geräusch aber dann sehe ich den entfernung flug 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 sich drehen es darf geschnitzelt werden sehr schön sehr schön das gefällt mir sehr gut oh er ist aber ach ne das ist Benzin ich würde gerade sagen ne sogar noch Kapazität da kann noch ein bisschen was drangenippelt werden zur Not vielleicht auch mal ein bisschen Beleuchtung aber naja eigentlich so dunkel ist es ja nicht beim Blutmond ne ne eigentlich nicht ja den Mond macht es ja schön hell naja so jetzt hatten wir hier noch ach so ist überhaupt noch Munition da für die einfachen geschütztürme hier die Rüberschiebdinger die Schraubmunition oder was ne 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 das weiß ich nicht hm wahrscheinlich nicht aber das ist ja auch schnell gemacht hm sieht nicht so aus das ist ein holz von hier natürlich habe ich die umgebung schon abgegrasen natürlich ich bin ja zu fuß hier also also nach vorne haben wir jetzt schon mal einiges getan für unsere sicherheit muss ich sagen da muss man auch die anderen vier seiten abdichten denken das sind 300 schuss 300 schuss ist natürlich nicht viel also 600 pro geschützturm würde jetzt schon verschwenden wollen erstmal na klar aber ich kenne da ja wen der macht immer ziemlich gut das ist ein speziell guter munitionshersteller der beste habe ich gehört der einzige und somit auch der beste wir haben noch ultra viel an dem kram aus damit nachher ultra vieles nicht ja wir sind diesmal ganz gut aufgestellt so kann man schon sagen außerdem stelle ich noch mal ein bisschen was ja ich jetzt gleich hier den fußboden fertig habe dann so ich habe noch gar nichts was ich eben beton holen für die außenwände und dann ich glaube wir kommen da wo noch ein bisschen mehr metall brauchen muss ich gleich gleich noch mal ein bisschen was wegklöppeln für die munition für die eulen geschütztürme achso mal gucken ob ich den jetzt hier irgendwie drauf geäumelt kriege das ist gar nicht so leicht hier mit dem holzdingern war eigentlich das passt schon ja dann gehe ich noch mal eine kleine runde metall klöppeln sonst komme ich nicht weit da fährt er davon ja 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 kurzen blick in die mine werfen ja ein bisschen gibt es da glaube ich noch aber wo genau genau 1 wie genau 1 also ein feld konnte ich noch aufbauen an metall danach war feierabend das haben wir hier noch das ist kohle ich kann das so schlecht erkennen ja kann sein dass der metall mittlerweile ich hab was nee das ist auch kohle kann sein dass metall langsam am ende im gelände da unten drin ist so ein klein wenig metall habe ich heute reichen um die dinge mit munition zu versorgen sehr gut haben wir schon einmal stahl rumliegen um die tür zu reparieren dann müsstest du noch mal ein bisschen stahl anwerfen auf jeden fall das auto schon mal mit dessen motorrad ist das deins ne jones das ist meins okay ähm hallo hallo ich hab zu einer nagelpistole hier so lang tigert ähm stahl ja werfe ich an und was wir da so können ein bisschen was kümmern und 150 war ja frei ich hab aber auch noch ein bisschen was in der tasche ähm ähm bist du noch da unten ich bin drüben auf dem gewächshaus achso ok dann mach ich das gleich soo hm hm ah ach 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 so Da haben wir schon mal Munition drüben Gucke ich mal ob ich die Tür gleich noch eine machen kann hier Aber wenn nicht kannst du es mir leicht geben dann kann ich es auch in Notfall aufwerten Ja Ich muss unten eh auch noch Spikes setzen Dann gleich Hier kann ich sogar noch mal aufwerten die Tür Okay Auch nicht schlecht Der hat jetzt 14.000 Sehr schön Ist echt gut Ja So jetzt ist nämlich die Frage so ein zwei Blöcke hier wo die Dings dran sind sollte ich vielleicht auch mal aufwerten Kann nicht schaden ja Die klingen fein Ja die mit Stahl meins ne Ja Ich weiß nicht ob die die Klingen fein selber kaputt machen aber die sind jetzt nicht so voll Ja Na guck mal einer an Sehr schön Geht doch langsam was Oh das war es schon mit Stahl ne Es läuft aber noch welcher durch Ich Ähm Ja du sagst Bescheid wenn du nicht mehr rüber musst Also da raus musst Dann würde ich dann Spikes noch setzen So die 2000 So die 2000 ähm Betonmischung würde ich noch schnell durchbringen Ja Und dann hätten wir eh nix mehr Und dann äh Ist das auch so mal soweit äh Alles klar Aufgewertet ist es passt Und dann kann ich kümmer uns auch wieder einschließen Naja Vielleicht noch ein bisschen Lehm durch Rauschen lassen Für Stahl ne In der Schmelze Boah ne brauchst du dafür was? Ja klar Ja Äh Eisen und Lehm brauche ich dafür Ja 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 Ne ne ich brauche noch ein bisschen Lehm für die Beete jetzt aber ich äh Achso es sind aber noch 1000 da Ich schoffel mir gerade selber noch ein bisschen was in die Taschen Wie gesagt also Na 1000 Ja stimmt 12 brauche ich pro Beet Ja ja Da kannst du ein paar Beete machen Wenn du mehr als die 1000 dann durchbrätst Hast du zu viele Beete gemacht Das glaube ich nicht Das wird doch wieder Überhaupt nicht übertrieben da drüben Ja jammer mir in die Ohren voll Er will was zu essen Er will was zu essen Ja das stimmt Ich muss auch mal gucken ob wir überhaupt noch was haben zu essen Ich könnte schon wieder ein bisschen äh Klemmen hier und da Würde ich nicht hoffen So Wir müssen uns dann auch langsam die Taschen voll stoppen Mit äh Dingen für den Blutmann Jo Scheiß aber Licht kriege ich jetzt nicht mehr hin Kleinen Scheinwerfer hat ich gerade noch gebaut Was gar nicht Das geht Was es da so gibt Schein Scheinwerfer Und meinetwegen äh Kann ich dich dicht machen oder was Kannst du alles dicht machen Okay Dann möchte ich das mal tun Ich hätte nur noch ein bisschen Stahl gerne mit runter genommen Für die Vier Stahl brauche ich ihn noch auf jeden Fall Wie die Stahl unten aufwerten können Gucken wie viel Bete ich herstellen kann Mit den Hunderten So Das sieht doch gut aus Was Ja mit sicher Eine ganze Menge Holz Brauche ich noch Sollen deine Sachen hier unten bleiben Ähm Ich nehme sie mal mit hoch ne Ja nur weil du es bist Ich komme mal Was Achso Ja damit Gib mein Motorrad wieder her Bin ich gleich zum Schrotthändler gebracht War mir schon klar Wanderer Wanderer Was Oh ja Oh Und ich Geiles Gewehr eigentlich Ich hab zwar nur Einzelschuss, aber... Das knallt. Voll easy. Feierabend. Die Lappen. Ehrlich mal. So. Bisschen früh, normal kommen sie noch mal ein bisschen später. Haben sie doch halt nen Bus früher genommen, oder wat? Naja. Hat sich gerade so angeboten wahrscheinlich. So. Mal rein rein. So. Achso, ich wollte ja mal gucken, wie den MP5 ist, ne? Dafür braucht man Stahl, glaube ich. Wollte ich eigentlich noch bauen für nen Blue Mund, aber das wird jetzt nichts mehr. Trotzdem mal gucken, was ich da so... ...was herstellen kann. Hier draußen wird's jetzt ungemütlich. Für wen für dich? Ja, wenn du jetzt noch mal irgendwie ne Milch oder ne Sahne vergessen hast, das wird schwierig jetzt. Kommst nicht mal raus. Achso, Mist. Eigentlich, weiß ich nicht. Ich teste da noch was brauche. So spontan, wie noch nen Auflauf machen wir jetzt. Dann möchte ich aber auch was. Von dem Auflauf. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bis weg zu... ...die 14... ...14.000er. Jetzt müssen wir noch die Blöcke drumherum ein bisschen aufwerten. Welche meinst du die generellen Blöcke hast? Um die Tür dann halt unten. Achso, um die... Zumindest erstmal den vorderen Teil. Aber ich denke, das wird ganz geil hier vorne. Ich bin nur... Mal gucken, ob sie die Klinge fallen kaputt kloppen. Das müssen wir mal dann aus... ...ausprobieren lassen. Ja. So, geladen müsste alles sein. Dann muss ich nur einen Strom anstellen. Dann geht's rund hier. Warum kann ich denn nur 14 Beete herstellen? Ach, wegen deinem... Ich brauche 50 Lebenbrunnen, nicht 12. Ja gut, da ist natürlich... Das war eine Fehlinformation. Da hast du recht. Aber ich habe ja 700 gesammelt. Das nehme ich mir den letzten 1000 Euro raus. Und dann kriege ich wenigstens ein paar Beete zusammen. Ja, bisschen Leben haben wir dann schnell zusammengeschaut. Die hat noch 30 Stallen in der Tasche. Brauchtest du noch irgendwie was gerade? Ähm, ich gucke mal, was ich brauche für die MP5s. Ja. Eben fix. 24 und 14 sind 38 Beete. Wenn ich die noch abreiße, kriege ich bestimmt noch was dazu. Hoffentlich zurück. Ja, dann geht's doch erstmal mal 50 Beete. Müsste das doppelt bis dreifacher sein. Und Pilze kann ich ja immer an die Wand klatschen. Ja. Von daher... Das stimmt. So, was brauche ich denn? Trinken und essen? Haben wir noch was? Ich esse jetzt erstmal schnell, bevor das Medium da kommt. Ich brauche 60 Stahl. Ach, die haben so viel zu essen. 60. Ja, das ist Mist. 30 sind bestimmt schon durchgelaufen. Und 30 habe ich eben in die Kiste gepackt. Okay, dann gucke ich mal, dass ich alles zusammenkriege. Vielleicht kann ich uns schneller ein MP5 bauen. Ja, das ist ja ein neues. Raumfedern. Rotartigen Abfall. So. Und Stoff in die Nahrung. 30 Stahl. Klebeband. Oh. Ja, müsste ich machen. Haben wir nicht mehr viel. 18. Ja, also klar. Also insgesamt, ja? Ich hoffe, für beide. Ja, 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 ja. Insgesamt für beide, ja, ja. Pistolen, da schreibe ich auseinander, ne? Ja. Brauchen wir dann eigentlich nicht mehr. Ach. Weißt du, das bauen natürlich die Beete zuerst. Ich kriege die Sachen wieder, wenn die abbrechen, ne? Ja, ja, ne, klüße wieder. Ja, dann berechen das, ob man kann irgendwie die machen. Brauchst du die Hosentasche oder was? 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 Aber wenn jetzt der Lege deswegen. Brauchen wir noch Reparaturkits? Ich habe noch fünf in der Tasche, brauche aber auch drei. Mindestens jetzt erstmals, bevor der Bluchenjub losgeht. Ja. Also wir haben noch acht hier drinnen, dann nehme ich jetzt die Hälfte raus. 4, das reicht für mich, glaube ich. Oh. Ich bräuchte dann deine MP5, bitte. Okay, warte. Lass ich mal kurz mal... Oh Gott. Lass mal die Mots rausnehmen. Jo, genau. Weil die müssen wir jetzt auch zerlegen. Ja. Ne, brauchst du nicht. Die können wir behalten. Für einen Notfall. Ich habe 30 Waffenteile. Ich habe sogar vier gekriegt, also... Kriegst du mehr oder ist das bei der MP5 so? Keine Ahnung eigentlich. Kann doch nur sagen, weil es ein MP5 ist, dass du da vier kriegst. Das kann natürlich sein. Ich dachte, du kriegst das nur drei wegen... Ähm... Dingens aber kann deswegen sein, aber dann haben wir die mal als... Äh... Reserve. Für einen... Toter Mann. Ja, klar. Äh, ja. Klebewand liegt hier drinnen. Oh, das ist das einzige, was noch fehlt. Ja. Ja, sehr schön. Und dann... Dann bauen wir mal schnell zwei MP5s hier raus. Fünf Minuten, 26 sind sie fertig. Äh, was? Wunder gibt's? Jo, natürlich. Oh, nein. Anderes hätte ich jetzt nicht gebaut. Ist richtig. So. Ja, so richtig kaputt sind meine Sachen. Macht wir noch nicht. man kann erst mal ein bisschen warum schießen kann ich auch noch mitnehmen vielleicht werden die mit der schaufel besser wo ich krieg die bete doch wieder sich gerade komplett wenn ich sie der schaufel abbaue ach ja also wahrscheinlich wird es mit der axt auch gehen damit der schaufel geht am schnellsten und muss die anderen die ich hersteller dann haben wir genug wieder um die 50 60 haben ja das für die bereichen das bräuchte nicht ich krieg sogar zwei werden aus welchen gründen teilweise durch den erhöhten farm dings denn du hast keine ahnung zwischendurch ja wurde mir noch eigentlich habe ich nur eins abgebaut wurde mir plus eins und naja keine ahnung weiß ich nicht den geilen 50 b da haben wir schon mal ja da kommen wir doch mit hin also bis jetzt mit denen ich baue und ich habe noch nicht alle abgebaute wasser nehme ich mir auf jeden fall mit und dann bräuchte ich nicht so dringend und die muss ich auch nicht reparieren dass dafür so gehen aber die anderen beiden ja genau die pump kann es ja eher für wenn sie wenn sie oben hochklettert oder ich noch weil die m60 und man weiß ja nie so dann haben wir jetzt 4 8 12 16 stacks ich nehme mal acht ja denkt daran die geschütze zu versorgen die sind schon das schon drin okay noch mal ein bisschen ein millimeter anschmeißen auf jeden fall dürfte jetzt ja gehen also 44 bete habe ich jetzt in der tasche und laufen tun noch 25 45 sind jetzt also 60 70 70 entschuldigung das sollte reichen glaube ich ich denke auch ach so und jetzt anscheinwerfer wollen wollte es das tun du es jetzt wirklich tun willst ist eine andere frage oder was für magazin wäre ganz geil wenn wir da was hätten wenn wir da was bauen warte ich gucke mal ob ich da was bauen kann magazin vergrößerung oder wie das hieß magazin oder schon was anzeigen magazin vergrößerungs mod ich kann nicht oder oder ist das trommelmagazin beides wird gehen trommelmagazin hat noch mehr und die munition zur größerung ist motto hat ja auch was aber ich kann auch keine herstellen warte 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 tatsächlich habe ich nicht so viel sichtbereich 2 am ort schroflitten schnabel der rest kann ich alles nicht herstellen muss man ja auch noch gelockt müssen ja nicht halbautomatik wir haben was ist muss ich sagen jetzt hier etwas weniger geworden also dass das baupläne schneller gefunden für herstellen dann ist das so 19 30 schon langsam hier in den klamotten so lange sagen wir euch immer noch was zu essen glaube ich jetzt gibt es noch leckeres einen gumbo mache ich mir auf jeden fall ja der heute war schon ziemlich gut rein da ist man schon ganz gut seit von und chili dog als nachtisch ich bin satt ich habe keinen durst ausnahmsweise mal verbandskästen solltest du dir auch einstecken fünf stück habe ich ja ehemals dabei aber ich stehe mir noch ein paar verbände ein waffen durchladen ich habe noch 23 magne munition da nehme ich mir noch mal ein bisschen was mit 50 reicht dafür ich glaube insgesamt habe ich bestimmt zweieinhalb tausend schuss jetzt auf aber ich habe mich eher weniger als die hälfte genommen sogar ich habe mir jetzt alles rausgenommen damit sollte man schon mal ach so ein scheinwerfer die an dem programm hat eigentlich würde ich mal ein ausprobieren was jetzt zum dritten mal gesagt hat ja irgendwie kommt immer etwas anderes dazwischen magazin mod und schlag mich tot scheinwerfer dann brauchte man so viel scheiß zwei klebeband geht eigentlich neun elektrische teile da haben wir nicht so viel von 380 9 mm laufen jetzt noch mal hast du schon herausgenommen ja auch schon eine panik weil nur noch eine da ist dann ist ja gut ich habe mir schneide die schon einsatzbereit okay so ich kann jetzt endlich mal meine meine schalldämpfer amorten darauf klemmten jetzt habe ich ja genug platz was soll ich bauen ich weiß nicht was du bauen das habe ich auch noch nicht gesagt deswegen kannst du das auch nicht wissen woher dann auch ja eben sachen gibt so ein bisschen metall oh mein gott wir haben gar kein metall mehr ein klügerwand fehlt tatsächlich erstmal schön links weg ich müssen hier schießpulver einfach mal so weil ich es kann na klar passt doch rum hast doch einfach weil ich baue mal so ein ding hast mir nur einen glaube ich erstmal gucken wie der ding überhaupt was taucht das gute indirekt hier vorne dann an die kante zu machen einfach keine ahnung groß metall haben wir keins mehr also ich habe jetzt noch ein paar in der tasche aber in meiner 50 oder so meine schienen müssen fürs nächste mal reparieren ich habe es eher ausgetauscht mit drei an die ich jetzt auch habe dann kann ich sie beim nächsten mal einfach dann behalte ich die jetzt an danach weil die habe ich ja ehren die ganze zeit quasi gehabt schon die waren kaputt die alte eisenbein schien will ich jetzt auch noch mal austauschen gegen andere und beim nächsten blut man muss es immer reparieren ja wenn man hier stürte hier vorne wahrscheinlich eigentlich geht es nicht sagen nicht zumindest mal ausprobieren damit ich sehe wie der leuchtet ja das sieht alles ganz gut aus dann würde ich sagen vorbereitungen sind durch und wir spannen euch noch ein bisschen auf der folter den blut man sehen wir dann in der nächsten folge bin sehr gespannt ob das hier alles so genau hat ich auch eigentlich fühle ich mich besser vorbereitet wie bei allen anderen bisher aber das kann auch manchmal nichts gutes heißen das stimmt wohl sehen die klingen fallen so einschlagen danke fürs zusehen für diese runde wir sehen uns bei der nächsten macht's gut bis denne